hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die heute mit einer weiteren zombie action folge schaffe ich es noch ich bemerke mich nicht hallo 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 auto ja lila geil so da haben wir schon mal eine lila stein axt oh mann der macht mich ein bisschen nervös hier Leute geht mal alle weg ist doch schon wieder die ganze armee hier mir geht die munition aus kacke auch noch daneben geschossen mensch ich glaube an das auto komme ich nicht dran no way sich erst mal hier was geht denn hier los oh dann im einen auto war ich doch schon ne muss ich nicht hier dran operaturmaterial ist schon mal nicht schlecht mal gucken post nein keine post also keine rechnung ach ja weil dieses haus was so in der luft schwebt yo 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 check the flow alter hier geht's ab na hallo ihr wohnt hier ja das ist aber ein bisschen offene wohnung hier wo wollte ich hin bin ich wieder an meiner ecke 522 ja das ist doch mal ein wort oder das brass auch in der rest leid nämlich auch mit fleisch kommt rein armee dies könnte ich mal nehmen gasp 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 So, einmal lecker schmecker. So, einmal lecker schmecker. Dann schaue ich doch mal in das Haus hier. Dann schaue ich doch mal in das Haus. Was zu essen ist auch nicht schlecht. Ich muss noch mehr essen. Dann schaue ich doch mal in das Haus. Dann schaue ich das Gefühl bei. Ein neister Popper kommt bestimmt hier ins Haus. Klingt verdammt. Übel. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. So und tschüss. Uiuiuiuiui. Alter. Specki klemmt fest. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. so hier was haben wir denn hier noch schönes da irgendwas gebrauchen ich weiß es nicht jede menge couch auf dem dach könnte noch ein nest sein aber prass was passt was mache ich denn da scheiß roten club hier direkt mal entsorgt das kann ich mitnehmen scheiße voll unbedingt ein größeres inventar mensch jodentag was haben wir denn hier lied 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 mit oder nicht auch mehr lied ja dann würde ich sagen ja lassen wir mal glas hier watchbuch und leather tanning tanning hab ich das schon jup hab ich mal ich wollte schon sagen wo sind denn alle hin aber da ist ja wieder einer paspar klaus hier schick ah mist ich bin jetzt an das zeug ich bin jetzt an das zeug so die munition wollen wir ja nicht hier lassen weil das kann man auf jeden fall gebrauchen selbst wenn es gerade nicht für die aktuelle waffe zu gebrauchen ist aber munition geht immer hier ist aber gut was drin in der küche so mal wieder ein tresor mal gucken ob wir diesmal vielleicht ein paar schöne teile finden und nicht immer nur schrott wäre ja mal was ich muss gleich einfach mal gucken was die waffe jetzt hat die ich da gefunden habe ob die vielleicht nur kaputt ist und trotzdem ein paar lila teile dabei hat ich habe das noch gar nicht habe ich mir noch gar nicht angeguckt munition ist wahrscheinlich auf jeden fall drin da sind schon mal ein paar bessere parts bei natürlich schlechten mit ihr so im moment das war mein den wollte ich natürlich nicht gelassen er ist doch schon mal schlechter ja er ist 528 die beiden sind mist was ich noch besser brauche ist hier der ist der barrel nicht vergessen wieder nachzuladen also ich das ist ich 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 immer diese anschleicher mensch jede menge vitamine sechs schüsse in den kopf und ich mache peng 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 ach hier sind wir ja zu viele ich habe fast übersehen noch einer hallo ich anschleichen zomby bitch von links da kannst du zusehen wie der in der ferne spawnen ich muss gleich zurück ich muss mir munition machen es geht gar nicht ich 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 war noch nicht mal was dabei so ich würde sagen ich nach hause ich 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 auch schon ich 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 das andere kiste iron gloves schimmert das ist ja scheiße das kenne ich schon was kenne ich denn schon mensch guten tag junge frau wollen sie mit dem auto fahren geht aber nicht es ist außer betrieb ich schwöre sie was wichtig ist was ich mitnehmen muss wichtig 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 richtig richtig nicht das ist auch nicht wichtig dann nehme ich über das mit hola chica man auch noch alter ist das peinlich zu so dass man so habe ich noch einen frei folge ist auch vorbei eigentlich eher weniger jetzt demnächst und von munition her gesehen bin ich echt am arsch ich muss jetzt back home und mal gucken dass ich ein bisschen mehr munitionen mir besorge weil sonst ist hier nix ein paar coole sachen mitnehmen so jetzt habe ich alles an brassen mit ich habe alles was ich stapeln kann mit ja dann würde ich doch sagen nehme ich das zeug jetzt und verdufte damit nach hause aber das mache ich in der nächsten folge in diese folge ist jetzt dabei ja und wenn es euch gefallen hat dann schaltet auch das nächste mal wieder ein wenn es heißt seven days to die und dann muss ich mal gucken ich mir vielleicht mal ein paar iron doofs machen würde ich doch sagen was fehlt mir noch hier ich habe doch gar keine jacke an so was die ganze zeit immer weggeschmissen hier tank top und zieht mal an vor ich jetzt hier oh schick fehlt noch ein jacket fehlt noch was füße habe ich ne nur das jacket ok ja und die sonne sonnenbrille und helm geht aber glaube ich nicht zusammen oder sonnenbrille habe ich doch vorhin irgendwo gehabt in irgendeiner kiste war das in ihrem haus aber egal diese folge ist vorbei und ja wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt dann gleich zu drei bis dahin tschüss